Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Wir laufen auf diese Erhöhung zu und können endlich auf die andere Seite blicken. Ich denke mal, das hier dürfte dann endlich Scorcity sein. Unglaublich cool, also die Ansicht alleine ist schon mal mega, mega geil. Das sieht schon echt ziemlich nice aus. Vor allen Dingen finde ich es schön, dass es hier nicht mehr so eingeschneit ist. Also im Gegensatz zu Route 10 scheint es in Scorcity etwas wärmer zu sein. Und ja, wir betreten einfach mal die Stadt, die wir unbedingt sehen wollten. Wow, wir sind wirklich hier, Scorcity. Hier passiert es. Hier wird die Legende von Hopp in die Geschichte eingehen. Du weißt schon, weil ich der neue Champion der Galar-Region werde. Ich mach mich jetzt schnurstracks auf zum Stadion. Jetzt wird richtig rangeklotzt. Wir sehen uns dann beim Scor-Stadion, Huxel. Bis dann! Und so zieht auf jeden Fall Hopp schon mal von dannen. Ich würde sagen, wir schauen uns in diesem Part aber lediglich die Stadt an und beginnen den Arena-Kampf noch nicht. Denn ja, den Arena-Kampf bzw. diese Champions-Liga bzw. den Champions-Cup, den würde ich eigentlich ganz gerne in einem separaten Part machen. Und ja, von daher schauen wir uns erst einmal gemütlich hier alles an. Ach, mit denen kann man gar nicht reden. Boah, mit dem Pferd hier ist doch toll, dass wir mit so riesigen Pokémon friedlich zusammenleben können. Mit dem Pferd meinte ich natürlich nicht diesen etwas dickeren Mann, sondern das Pferd hier hinten tatsächlich. Hallöchen! Boah, ist das groß! Ja. Schon nicht schlecht. Haben wir hier einen Pantymos. Dieses Pantymos heißt Alex und es ist super cool. Okay. Mein Pantymos ist auch ziemlich cool. Heißt Mr... Wie habe ich es nochmal genannt? Mr. Mime und Mr. Rhyme oder so, glaube ich. Meine beiden. Ich knipse so viele Fotos, wie ich kann. Solche Schnappschüsse sind für mich wie kleine Glücksmomente in Konserven. Aha. Ja, warum nicht einen Moment konservieren? Ballieren gehört zum Leben dazu. Wichtig ist, dass man wieder aufsteht. Sollen wir denn hier vorne für ein Gebäude eigentlich? Ist das ein... Ist das ein Bahnhof? Naja. Die Stadt ist so groß, ich muss auf die Karte gucken, sagt der Schmädel. Trainer lieben ein Glumander, bis es sich irgendwann entwickelt. So wird eure Bindung stärker. Hä? Trainer lieber? Ach nein, trainier lieber ein Glumander. Ich habe Trainer lieben ein Glumander gelesen. Trainier lieber ein Glumander, bis es sich irgendwann entwickelt. So wird eure Bindung stärker. Na ja. Ist ja ungefähr dasselbe von der Bedeutung. Ich will auch bei der Arena Challenge mitmachen, mit einem Glurak. Ja, wenn wir doch nur ein Glurak hätten. Wir haben leider keins. Wir haben doch nicht mal einen Glumander. Was ist das denn hier? Ist das ein Einkaufszentrum? Ein Riesenrad. Puh. Ich habe es doch nicht so mit Höhen. Ich will eine Rundreise durch die ganze Galar-Region machen. Was gibt es da Besseres, als ins Riesenrad zu steigen? Ah, warum das denn? Ja, wahrscheinlich, wenn man sich so ein bisschen die Galar-Region dann anschauen kann von oben. Skor City ist so riesig. Dank der Monorail und den Flugtaxis kann man sich aber zum Glück einwandfrei zurechtfinden. Ah, hier kann man gar nicht rein. Oder ist das mehr so ein Tourismus-Informations-Gedöns hier? Manche Pokémon lieben die Gleise und sorgen bisweilen für unterhaltsamen Ärger. Ne, es ist doch ein Bahnhof. Möchtest du mit dem Zug fahren? Ah, es ist ein Bahnhof. Okay. Hatte irgendwie so ein bisschen Einkaufszentrum-Charakter, hat es ja schon hier. Willkommen beim Pokémon-Supermarkt. Naja, aber die ganzen Sachen haben wir ja auch schon. Gibt es hier noch einen zweiten Händler? Nö. Hallöchen! Ein Mikro? Das Mikro möchte uns aber nichts verkaufen. Was ist denn hier? Hier entlang geht es zu einer der berühmten Monorail-Haltestellen von Skor City. Die Monorail dreht sich immerzu im Kreise um Skor City. Einfach toll. Dreht sich nicht im Kreise, sondern dreht Kreise um Skor City. Aber kann man denn mit der Monorail fahren? Tränkeautomat. Ah, das erinnert mich an Pokémon Rot und Blau. Da gibt es auch immer diese schönen Getränkeautomaten. Was ist hier? Was zu essen vielleicht? Es kommen so viele Duris nach Skor City. Da ist es wichtig, dass ich etwas für jeden Geschmack habe. Kann ich nichts bei dir kaufen, Kollege? Nüsste? Gibt es doch gar nicht. Im Stadion bin ich so auf die Kämpfe fixiert, dass ich einfach nicht essen kann. Deshalb futtere ich jetzt schon einmal was. Tja, wenn man hier reingeht, kommt man dann... Ach, okay. Man kann sich innerhalb der Stadt tatsächlich mit dieser Monorail bewegen. Ja, das machen wir aber nicht. Wir erkunden das erste Mal alles zu Fuß. Wenn wir uns schon Zeit lassen und uns die Stadt angucken, dann will ich jetzt hier nicht hetzen mit der Monorail oder so. Naja, auf jeden Fall ein schöner kleiner Bahnhof. Gehen wir erst einmal ins Pokémon Center. Ich würde gerne ein paar der Trainer aus Galar in meine Heimatregion einladen. Ja, wo kommst du denn her? Sagt er natürlich nicht. Natürlich sehr, sehr gemein. Lassen wir erst einmal unsere Pokémon heilen. Unser schönes kleines Pokémon-Team. Kann man hier irgendwas Besonderes kaufen? Ah, Luxusball, Flottball, Wiederball. Ein Ball, der sich besonders dann sehr gut eignet, wenn man ein Pokémon fangen will, dessen Art bereits gefangen wurde. Diese Flottbälle, die will ich eigentlich haben. Wobei, die brauche ich jetzt ja gerade nicht. Wir sind ja dabei, erst einmal hier die Liga durchzuspielen. Aber hinterher kann ich mir auf jeden Fall ein paar Flottbälle hier vorne besorgen. Vielleicht könnten wir uns ja erst einmal andere Kleidung besorgen. Ich denke, hier gibt es ja irgendwo ein Modegeschäft. Ich meine sogar, ich hätte ein Modegeschäft auch im Augenwinkel schon gesehen, als wir angekommen sind. Hallo, ja, ich habe noch Stadion-Tickets gekriegt. Komm rüber. Die wollen sicher alle unseren legendären Kampf anschauen. Deine Top-Beleber. Ja, eindrucksvolle Gebäude auf jeden Fall an der Seite. Aber leider kann man die alle nicht betreten. Ich habe ja noch nicht mal meine Geschwister unter Kontrolle. Keine Ahnung, wie manche Leute es schaffen, sechs Pokémon gleichzeitig zu trainieren. Ah, die leveln ja automatisch mit. Ist nicht so ganz schwer. Rose hat es geschafft. Diese Stadt mit seinen Investitionen zu einer Touristenattraktion zu machen, ohne dabei ihren historischen Flair zu zerstören. Ist das hier so eine... Ach, Moment, das ist so ein Snackladen. Aha, so eine kleine Bäckerei, beziehungsweise so eine, ja... So ein kleiner Caféladen. Das Kampfcafé, genau. Da können wir mit Sicherheit wieder gegen ihn kämpfen und kriegen am Ende was. Du kannst bei uns einmal pro Tag kämpfen. Gewinnst du, gibt es zur Belohnung etwas Süßes auf Kosten des Hauses. Ja dann, los geht's! Barista Aiden fordert sich heraus! Und er sieht seltsamerweise aus, wie alle anderen Barista in diesem Spiel auch. In den Pokémon-Läden, also in diesen... In diesen Kampfcafés. Joa, Eisstrahl und Feuerball, warum nicht? Probieren wir es einfach mal. Zumindest effektiv bei der Attacken. Joa, und das Pocosan hat's auch schon hinter sich gebracht. Sehr, sehr nice. Ja, was kriegen wir denn am Ende geschenkt? Ich hoffe, irgendwas cooles. Level up für meine Pokémon. Ach, der kann Donnerblitz. Boah, zum Glück nicht gegen das Lapras eingesetzt. Das wäre jetzt schon ein bisschen unangenehm gewesen. Hätte sogar sein können, dass er mich vielleicht damit erledigt hätte. Naja, Feuerball und Eisstrahl erneut gegen das Sabayone. Das war ja gar nicht mal so spannend. Den haben wir direkt auf die Bräder geschickt. Giftwerk ist nochmal aufgelevelt und Aiden wurde besiegt. Na, wie bist du mit der schweren, bitteren Note dieses Kampfes zurechtgekommen? Ehrlicherweise ganz gut. Der Kampf war so pringend wie ein Glas Sanana-Saft. Hier kommt das süße Vergnügen, das ich dir versprochen hatte. Du erhältst ein Zuckerkleeblatt. Zuckerkleeblatt. Zuckerwerk in Form eines Kleeblattes. Gibt man es, Hokumil zu tragen, dreht es sich vor Freude im Kreis. Tjoa. Leider haben wir gar kein Hokumil. Was ist hier mit dem Typen? Ach, Mebrana. Du hast viel zu viel gefuttert. Geht's dir gut? Mi, 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 Mebrana. Mehr Zucker, mehr Zucker, mehr Zucker. Ach, Mebrana, du kriegst schon noch Zucker. Ach, da vorne haben wir ein Kleidungsgeschäft. Schau mal eine an. Wir können uns neu einkleiden. Ja, das wurde aber auch Zeit. Willkommen in der Boutique. Was haben wir denn hier? Trainingsjacken können wir hier kaufen. Und Motorradjacken. Boah. Trainingshosen. Lederhosen. Ja, Lederhosen finde ich jetzt nicht so toll. Leggings will ich auch nicht haben. Halbschuhe. Creepers. Äh. Oder babababa. In schwarz oder in giftigem Rot. Naja, finde ich meine Schuhe aber auch besser. Hier sieht's mit Taschen aus. Joa. Die Lederreisetaschen sehen ganz gut aus sogar. Ach, Moment. Hier gibt's sogar Koffer. Reisekoffer. Ach, die sind schon... Die sind schon ziemlich cool. Wollen wir mal auf so einen Koffer wechseln? Ich glaube, ich wechsle auf so einen Koffer. Koffer oder Leder-Tasche. Ach, das mit dem Koffer finde ich ein bisschen blöde. Ne, ne, ne. Wir wechseln mal auf die Leder-Tasche. Jetzt ist noch die Frage, welche Farbe wir nehmen. Ich glaube, schwarz und weiß nehme ich. Also, eine Leder-Tasche. 89.000 Poké-Dollar. Aber wir können es uns ja leisten. Wir könnten die Kappe theoretisch noch wechseln. Ne, so ein Barrett. Nein, 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 nein. Wie sieht's mit Brillen aus? Auch nicht. Boah, Handschuhe brauchen wir auch nicht. Ja, dann bleiben wir einfach mal in dem Design. Ich finde, wir machen auf jeden Fall optisch noch mehr her als vorher. Von daher, gehen wir mal wieder zurück in die Stadt. Ah, nein. Wollte in die Stadt. Ah, sehr gut. Zum Friseur brauchen wir eigentlich auch nicht gehen, denn wir haben ja eh eine Kappe auf. Ich habe ein Autogramm von Mary bekommen. Gerade eben. Ich werde es hüten wie meinen Augapfel. Da vorne ist auf jeden Fall das Riesenrad. Ja, können wir denn einfach zu dem Riesenrad hinlaufen? Achso, hier kommt man wahrscheinlich jetzt zu Arena, ne? Kommt man hier zu Arena? Ist das eine Abkürzung? Oh, das ist aber auch schon... Das sieht schon echt ziemlich cool aus. Also diese Stadt, die ist schon sehr, sehr nice mal wieder. Du findest einen Klumpen Giftschleim. Ein Item zum Tragen, das einem Gift-Pokémon nach und nach KP zurückgibt. Anderen Pokémon aber Schaden zufügt. Hört sich ja auch nicht schlecht an. Das könnten wir theoretisch vielleicht sogar Gift-Zwerg mal geben. Aber was die Ausrüstung angeht, da werde ich mich mal einmal ganz kurz offscreen mit auseinandersetzen. Kurz bevor wir zur Liga laufen. Hat hier nicht noch irgendwas geleuchtet? Die Schwärmkern ja etwas geleuchtet. Ja, ein Nugget! Wir brauchen Geld, denn wir haben uns sehr, sehr teure Kleidung gegönnt. Ah, okay. Es war wirklich eine Abkürzung hier zu der Arena. Hier vorne sind noch Wohnhäuser. Ja, die schauen wir uns auch noch an, aber ich gehe trotzdem nochmal zurück. Ach, diese Ansicht. Also diese Stadt ist schon wirklich, die ist schon sehr, sehr, sehr cool. Also alleine aufgrund der Größe macht hier halt schon ordentlich was her, die Stadt. Zack, wieder runter vom Rad. Ganz schön groß und sehr riesen Rad, oder? Wir nennen es den Überroller von Galar. Ist das nie eine Attacke eigentlich? Brücken verbinden einen Ort mit einem anderen. Deshalb kann man sie auch als Symbol für die Freundschaft verstehen. Kein schlechter Vergleich. Ein Match von Champ. Ach, das ist so ein Flugtaxi-Typi. Denn Flugtaxi für Scores City ist schon zur Stelle. Wohin sollen wir dich bringen? Ach, man kann sich auch mit dem Flugtaxi durch die Stadt tragen lassen. Allgemein hat man viele Short-Travel-Möglichkeiten. Ein Riesen-Nugget. Wow. Dann können wir uns auch noch sinnvolle Gegenstände kaufen. So ein tüchtiges Pampros. Es beschwert sich nie. Egal, wie viele Leute es schleppen muss. Dieses Pokémon hier hat uns ganz brav bis zum Hotel getragen. Darf ich denn jetzt da oben drauf oder nicht? Du findest einen Luftballon. Geht man ihm einen Pokémon zum Tragen, fängt es an zu schweben. Wird es getroffen, platzt der Luftballon. Wie witzig. Goldiger, goldiger Gegenstand. Wohin möchtest du fahren? Zum Scores-Stadion, zum Bahnhof von Scores City. Das ist aber auch wieder Monorail. Ich will nicht mit der Monorail fahren. Ich will auf das Riesenrad. Oder muss man hier in das Gebäude rein? Kann natürlich auch sein, dass man hier in dem Gebäude irgendwie Eintrittskarten kaufen kann oder so. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr vornehm alles. Ja, für das Pokémon doch eher als für euch. Ihr habt euch doch einfach nur draufgesetzt. Ein Match wird gleich noch viel interessanter, sobald Promis im Publikum sitzen. Ich bin auf Einladung von Marco Kosmos hier, um mir einige Matches anzusehen. Tja, aber es sieht nicht so aus, als ob wir hier Eintrittskarten kaufen könnten. Es scheint ja ein reguläres Hotel zu sein. Wir freuen uns, Sie im La Rose Ronde willkommen heißen zu dürfen. Bitte fühlen Sie sich ganz zu Hause und genießen Sie unseren weltberühmten Fünf-Sterne-Service. Ich gebe meinen Beruf als Empfangsdame mit den professionellsten Ansprüchen an. Ich helfe Menschen wie auch Pokémon, selbst wenn wir nicht die gleiche Sprache sprechen. Gerade stehen von dem Lächeln, auch wenn der Schuh noch so sehr drückt. Mann, Mann, Mann. Die haben ja hier eine ganz schön interessante Einstellung zu ihrem Beruf. Tja, nach oben kann man hier nicht. Ja, also dafür, dass diese Stadt so riesig ist, muss ich sagen, gibt es hier tatsächlich irgendwie vergleichsweise wenig zu tun. Wir Portiers haben es nicht leicht. Sieh dir die ganzen Leute an, die hier ein- und ausgehen. Und trotzdem darf ich mir keinen einzigen Fehler erlauben. Ein Ding der Unmöglichkeit. Wenigstens haben wir Pokémon, die uns bei der Arbeit helfen. Ja, so schlimm ist es ja nun auch nicht. Gibt es jetzt echt keinen Weg hier auf dieses Riesenrad? Ja, aber ich meine, noch weiter nach hinten komme ich auch nicht. Man kann ja vieles wechseln. Den Job, die Adresse, die Unterwäsche, schön und gut. Aber ein Fan wechselt niemals seinen Lieblings-Challenger oder seinen Lieblings-Pokémon. Wieso kommt man da nicht rein? Ich will in das blöde Riesenrad. Zum Bahnhof von Score City, zum Score-Stadion. Nein. Vielleicht habe ich ja irgendwas übersehen oder so. Wir radeln jetzt einfach nochmal zurück. Es könnte natürlich sein, es könnte sein, dass man irgendwie zu diesem Turm da nach hinten noch muss. Ich meine, gucken wir nochmal auf die Karte ganz kurz. Zack, 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 zack. So, wir sind nämlich hier vorne. Ja, wobei über die Brücke sind wir ja drüber gelaufen. Score City. Es geht aber definitiv noch weiter. Also man kommt hier noch irgendwie weiter durch. Ähm, vielleicht kann man hier mit der Monorail nur aussteigen oder so. Boah, keine Ahnung, wir orientieren uns noch ein bisschen. Ich fahre einfach nochmal zurück zum Bahnhof. Und ansonsten gucken wir uns, ähm, natürlich auch nochmal beim Stadion selbst um. Ja, vielleicht kommt man vom Stadion aus dann wirklich irgendwie noch einen Ticken weiter oder so. Alles ist möglich. Hatte ich hier rechts denn noch irgendwas vergessen? Ja, hier sind noch Wohnhäuser. Da können wir noch reingehen. Ja, das machen wir vielleicht mal eben. Ach, Moment, hier gibt es noch einen Bereich. Da war ich auch noch nicht. Damit du dich nicht in Score City verläufst, raten wir dazu, Gebrauch von öffentlichen Verkehrsmitteln wie den städtischen Flugtaxis sowie der Monorail zu machen. Jo, 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 machen wir ja immer mal wieder. Ja, das ist so ein kleiner Park einfach nur. Da vorne kann man seine Pokémon antreten lassen. Ach, da kämpfen sogar gerade zwei Trainer. Einen Schiedsrichter gibt es auch einen alten Mann. Und für uns gibt es hier vorne einen Gegenstand, den wir nur irgendwie nicht erreichen können. Wie kommt man denn da hin? Hä? Wie kommt man denn da hin? Ich will das Item haben. Ach, Moment, hier muss man um die Bäume rumgehen. Und schon! Finden wir einen Grassamen. Gibst du den Samen einen Pokémon zum Tragen, setzt es ihn ein, wenn ein Grasfeld aktiv ist und erhöht dadurch seine Verteidigung. Na gut. Schwingen wir uns mal wieder aufs Rädle. Was, komme ich da nicht mit dem Fahrrad durch? Nö, anscheinend ist das Fahrrad ein bisschen zu breit. So, ich will dich beim Training gar nicht stören. Tja. Dann gehen wir noch in jedes der einzelnen Wohnhäuser hier rein. Sind ja ein paar mehr. Da können wir auch erstmal gucken, ob da irgendwelche interessanten Personen sitzen. Wenn ich es schaffe, beim Finale auf dem großen Monitor im Stadion zu erscheinen, wird das mein weltweiter Durchbruch. Also offensichtlich eine Künstlerin oder ähnliches. Oh, hier sind wirklich sehr, sehr viele Wohnungen. Ich denke, dass sich ein Pokémon erst dann richtig entwickelt, wenn es mit Menschen zusammenlebt und viele neue Freunde findet. Ansichtssache. Boah, sind das viele Wohnungen. Man-O-Meter. Es gibt immer mehr Trainer, die den Champ kämpfen sehen und dadurch richtig angesport werden. Das macht die Kämpfe viel aufregender. Ja, mit deiner Frau rede ich jetzt aber nicht. Das war jetzt endlich die letzte Wohnung. Hallöchen. Hallöchen. Meine Eltern arbeiten beide als Liga-Angestellte. Deswegen sind sie nie zu Hause, wenn der Champion kämpft. Und ich langweile mich hier. Mit dem Wommel zusammen. Wommelinchen. Wommel, Brommel, Schlommel, was auch immer. War ich hier schon drin? Ach, Moment, hier war ich schon drin. Ja, ich komme schon durcheinander, weil das hier so viele Wohnungen sind. Ich hätte mal von unten nach oben losgehen sollen. Hm, ich habe keine Zeit mehr, alle Bücher im Regal nochmal zu lesen. Deswegen erfreue ich mich stattdessen an den Erinnerungen, die hochkommen, wenn ich mir die Buchrücken ansehe. Sehr gut. Warum lesen, wenn man sich auch einfach die Buchrücken anschauen kann? Ein Künstler. Joah, wie schon, ich werde jetzt vielleicht nicht mit allen reden. Die haben auch meistens nichts Interessantes zu sagen. Das ist so ein bisschen schade. Dass hier nicht jeder einen Zweck erfüllt. Der sieht auch ganz interessant aus. Oho, wie ich sehe, hast du einen Smart Rotom und ein Fahrrad. Dann weißt du bestimmt schon, dass Rotom gerne in verschiedene motorbetriebene Geräte schlüpft, oder? Wenn du wissen willst, wie das funktioniert, dann kämpfe gegen mich und meine Rotom. Ja, klar. Du wirst gleich Bauklötze stauen. Ich zeige dir, wie vielseitig Rotom sein kann. Liga-Angestellter C.E.M.S. fordert dich heraus. Und setzt sein Rotom ein. Oh, ein kleiner Rasenmäher. Ein Rotom-Rasenmäher. Joah, ist wirklich sehr vielseitig, die Rotom. Wir werden einfach mal mit dem Feuerball die ganze Zeit angreifen. Das scheint ja sehr effektiv zu sein. Und das Rotom direkt zu erledigen. Ja gut, ich meine Level 34. Braucht man sich jetzt nicht wundern, dass wir da gewinnen. Als nächstes wieder Rotom. Ich denke mal, wir werden einfach nur drei Rotom haben. Jetzt ist es eine Waschmaschine. Jetzt ist es aber auch nicht mehr sehr effektiv. Also der Typ ändert sich dann auch. Mit der Form. Da hat mir der kleine Rasenmäher ehrlich gesagt besser gefallen. Ja, Hydro-Pumpe ist nämlich gar nicht mal so gut für uns und Hanna. Boah, was, der hat fast Hanna erledigt. Los, nochmal Doppelkick. Und das war's mit Rotom Nummer 2. Was kommt als nächstes? Für eine Rotom-Form. Äh, bada, 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 bada. Und zwar. Äh, eine Mikrowelle oder ein Toaster ist das. Joah, ich bleib mal bei Doppelkick. Sieht ein bisschen aus wie eine Mikrowelle, finde ich. Voltwechsel, okay. Ja, das überlebt Hanna aber. Glücklicherweise auch nicht paralysiert worden. Und das war's mit Rotom. Nummer 3. Aber Rotom ändert doch seinen Typ und seine Attacken, wenn es die Form wechselt. Ja, heißt aber nicht, dass die automatisch stärker sind als meine Pokémon. Du hast alle meine Rotom besiegt. Bei dir ist dieser Katalog besser aufgehoben. Du erhältst einen Rotom-Katalog. Ein Katalog, der Rotoms Lieblingsgeräte auflistet. Mit diesem Katalog kann Rotom in Geräte schlüpfen und sie wieder verlassen. Mit dem Rotom-Katalog kann Rotom in verschiedene Haushaltsgeräte hineinschlüpfen. Das kann natürlich auch jederzeit wieder heraus. Hey, cool. Können wir jetzt hier alles mit dem Rotom irgendwie bedienen, anmachen oder so? Finden wir mit Sicherheit noch raus. Keine Ahnung, was das genau bewirkt. Was ist das mit dir, kleiner Junge? Toll, Resslarado. Ressladero. Echt super, aber versuch doch nächstes Mal etwas entschlossener zu sein. Boah, ganz niedliches Pokémon. Nur gut, dann haben wir ja im Prinzip alles gesehen. Äh, jetzt ist noch die Frage, bevor wir jetzt wirklich nach da vorne gehen. Beziehungsweise wir können schon mal in die Richtung hier gehen, aber... Die Frage ist, jetzt kommt man noch zu diesem Riesenrad oder nicht? Und was kann man hier in einem Store kaufen? Hier gibt es offizielle Fanartikel. Ja, können wir jetzt selber gar nichts kaufen? Jeder Fehler, den ein Challenger macht, wird sofort von Tausenden von Fans gesehen. Die müssen Nerven aus Stahl haben, da sie unbeirrt weitermachen können. Pokémon Snacks, Pokémon Getränke, was darf sein? Da vorne ist auch Team Jell. Ja, und wie schon gesagt, hier ist der Arena-Eingang. Wo möchtest du hinfahren? Zum Hotel? Ja, man kann hier wieder... Tatsächlich mit der Monorail fahren. Aber die bringt einen jetzt nicht zu diesem Turm, geschweige denn zu dem Riesenrad. Deswegen denke ich mal, das wird wahrscheinlich eher so eine Endgame-Geschichte sein. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn man hier diese Liga beendet hat, dass man dann da hinten zum Turm kommt und dass man sich dann vielleicht auch noch das Riesenrad anschauen darf. Rate ich jetzt einfach mal. Ich weiß es tatsächlich nicht. Es ist nur geraten. Und ja, liebe Leute, ich würde sagen, unsere Erkundung ist dann auch schon vorbei. Und als nächstes wartet die Pokémon-Liga beziehungsweise der Champions Cup auf uns. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. War ja etwas ruhiger. Ja, so oder so, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Euer Huxel. Ciao. Ciao.